Musik Das ist schon sehr erschreckend, wie viel wir glauben, wie ich es dann auch noch herbeite. Erstmal schön, dass ihr da seid. Lena ist keine Bürgermeisterin mehr, sie ist ja auch eine Französische. Ich fand den Film sehr, sehr erschreckend. Es ist natürlich immer sehr, sehr schwierig, private Schicksale kennenzulernen. In den Medien sieht man immer nur diese allgemeinen Verfassungen von diesem Volk. Aber in diesem Film wurden halt auch speziell die Schicksale der Kinder gezeigt, die jetzt zum Beispiel diese Ausschreitungen mitbekommen und wie sie dadurch ihr Leben geprägt bekommen. Das war sehr, sehr erschreckend und es war sehr, sehr wachmachend. Ich war selbst in der Türkei als kleines Kind. Ich habe da sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, weil da waren halt einfach diese Ausschreitungen noch nicht so. Und die Regierung war noch besser. Und das heute zu sehen, wie es ist, das ist sehr schlimm. Ich meine, jedes Volk möchte friedlich leben und es ist sehr, sehr traurig, das zu sehen. Er regt zum Nachdenken an. Ich denke, der Prozess startet jetzt langsam. Ich habe es auch, ich denke, ein bisschen mehr als der normale Schüler schon verfolgt in den Medien. Aber es zeigt halt, dadurch, dass dieses ganze Leid so realitätsnah rübergebracht wird, ruft es nochmal bei mir viel mehr hervor, wo man drüber nachdenkt. Der Film hat mich sehr bewegt und betroffen gemacht. Es ist immer so schwierig, dann nach so einem Film zu sagen, der war gut, also weil das Thema ja so ernst ist. Und am besten gefallen an dem Film hat mir so dieser Spiegel zwischen dem Leben in Deutschland, in Bremen, wo ja ihre Familie lebt und eben die Türkei, also zwei unterschiedliche Welten, so nah durch ein Telefon miteinander verknüpft. Das war schon etwas, was mich sehr, ja dieser Identitätskonflikt in ihr auch selbst, warum sie dann das Land auf Deutschland verlassen hat und zurückging, so der innere Kampf mit sich selbst, das hat mir am Film sehr gut gefallen. Also ich fand es auf jeden Fall beeindruckend, dass die Kameraleute einfach in das Land eingereist sind und haben den Film auch selbst gedreht. Und ich fand den Film eigentlich an sich ganz gut, weil ich fand das auch immer interessant zu wissen, wie das dort ist, die Lage und wie das auch alles zustande kommt und passiert ist. Ja, also ich fand den Film eigentlich ganz gut gemacht. Ich fand das Gute, dass man zum Beispiel, die sind halt dort wirklich in die Kriegsgebiete reingegangen, haben wirklich alles aufgenommen. Und die sind auch bei Nevros, bei dem kurdischen Frühjahrsfest, sind die auch dort hingegangen. Und dass die nicht wirklich so alles gespielt haben, dass die wirklich dort im Moment auch waren, das fand ich sehr gut. Ja gut, es ist ja immer die Wunschvorstellung eines Lehrers, zu sagen, es hat mit jedem Schüler was gemacht, aber die sind ja schon alle über 20 Jahre alt, machen eine Ausbildung. Und ich denke schon, dass der ein oder andere aus dem Film heraus geht und mal überlegt, wie selbstverständlich hier, dass der Wohlstand in Deutschland ist und dass es eben Länder gibt, noch gar nicht so weit entfernt, bei denen das eben nicht so selbstverständlich ist. Ganz ehrlich, ich habe da meine Vorstellung gehabt, dass es gerade in der Türkei sehr eingeschränkte Gleichberechtigung gibt, gerade was Frauen betrifft, dass die Frauen relativ unterdrückt werden. Und es war sehr überraschend, dass eine weibliche Bürgermeisterin so viel Erfolg haben kann. Und das fand ich sehr toll. Also es hat meine Erfahrungen erweitert. Also ich fand das sehr gut. Also ich hätte ehrlich gesagt Angst. Ich mag die Türkei an sich als Land sehr. Es gibt sehr, sehr schöne Regionen, das auf jeden Fall. Nur es ist sehr unberechenbar geworden, wie ich finde. Also es gibt sicherlich schöne Regionen, es gibt aber auch gefährliche Regionen. Und man muss es sehr, sehr abschätzen. Ich meine, es zeigt auch derzeit die Statistik, die Urlauber, die gehen eher in andere Länder. Ich denke, es wird in den nächsten Jahren vielleicht wieder besser. Das kommt eben ganz darauf an, wie sich diese ganze Situation entwickelt. Dass eine junge Frau Bürgermeisterin wird, hat sie ja gesagt, gibt es in mehreren Städten oder über die ganze Türkei verteilt. Das würde mich interessieren. Wieso hat sie sich dann genau diese Stadt ausgesucht und genau diesen Konflikt hier? Demokratie heißt für mich als erstes Freiheit. Und zwar die verschiedenen Freiheiten, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit. Und vor allem auch Wahlfreiheit. Eigentlich Dinge, die für uns in Deutschland total selbstverständlich sind und die man wahrscheinlich erst merkt, wenn sie nicht mehr da sind. Wie wir das jetzt ja auch im Film gesehen haben. Und das ist jetzt ein bisschen auf dem Film. Vielen Dank.